Hey Leute, in diesem kleinen Guide zu Starfield zeige ich euch, wie ihr einen wunderschönen neuen Cutter bekommen könnt. Das könnt ihr schon früh im Spiel machen, wenn ihr die Mission Rückkehr nach Bekterra bekommt. Ihr landet dann genau hier und dann geht ihr einfach hier rechts rein in dieses erste Gebäude. Und dann lauft ihr rechts rum und dann gleich durch diese Tür hier. Und dann findet ihr unten im Regal den Cutter von Hela. Der ist zwar nicht viel anders als euer normaler Cutter, hat aber einen Damage Boost gegen Roboter und das ist doch schon mal ziemlich nützlich. Ja Leute, und das war es auch schon mit diesem Mini-Guide. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst Feedback da, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis bald. Bye, bye.